So, einen wunderschönen guten Samstagabend. Der zweite Teil des PCAS Easter Breaks steht auf dem Programm. Heute mit 15, 16 OPG, dann brandaktuell 16, 17 FLIR Showcase und 16, 17 Artifacts. Das ist das Programm für den heutigen Samstag und wir legen gleich los mit den Randoms für die OPG, 15, 16 Box. Dreimal die User, 1, 2 und das dritte Mal. Wir haben auf 1 Dimec, Dario, 2 Pierre, dann auf 3 Reto, 4 Rooster, 5 Christoph, 6 Michelamaxe, 7 Pierre, 8 Dani Keller, 9 Marco MDSSTI, 10 Pierre, dann auf 11 Michelamaxe, auf 12 El Gordo, 13 Endo, 13 Endo, 14 Michel, 15 Pierre, 16 Jochen, 17 Dani Keller, 18 und 19 Wolfi, 20 Jochen, 21 El Gordo, 22 Rooster, 23 Endo, 24 Christoph, 25 Mimo 9, 26 Dani Keller, 27 Reto, 28 Reto, 29 Mimo 9 und 30 Dario. Die Teams dazu, ebenfalls dreimal, 1, 2 und 3. Wir haben Dario mit Detroit, Pierre Edmonton auf 2, 3 Reto, 4 Rooster mit den Rangers, 5 Christoph, 12 Calgary, 6 Michelamaxe, Dallas, 7 Pierre, Anaheim, 8 Dani Keller, Philadelphia, 9 Marco mit Colorado, 10 Pierre mit San Jose, 11 Michelamaxe, New Jersey, 12 El Gordo, Vancouver, 13 Endo, Carolina, 14 Michel, Arizona, 15 Pierre, LA, 16 Jochen, Florida, 17 Dani Keller, Ottawa, 18 Wolfi, Montreal, 19 Wolfi, Buffalo, 20 Jochen, Boston, 21 El Gordo, Winnipeg, 22 Rooster, Nashville, 23 Endo, St. Louis, 24 Christoph, Pittsburgh, 25 Mimo mit Columbus, 26 Dani Keller, Chicago, 27 Reto, Minnesota, 28 Reto, Tampa, 29 Mimo, Toronto und 30 Dario mit den Islanders. Das ist also das Programm für OPG. 15, 16 OPG, allen viel Glück und viel Spass. 16 OPG, allen sehr gefühlt. So, Pack Nr. 1 Wir legen los mit einer Retro-Parallel für die Nashville Predators Seth Jones Seth Jones und eine marquee Legend für die Edmonton Oilers, Grant Fuhr Wir haben eine Retro-Parallel für die Boston Bruins Niklas Svedberg und eine marquee Legend für die Philadelphia Flyers Dave Schulz Retro-Parallel für die Edmonton Oilers Taylor Hall und Marky Rookie für die Philadelphia Flyers Mark Alt Retro-Parallel für die New Jersey Devils Cory Schneider und eine marquee Legend für die New York Rangers Mark Messier Retro-Parallel für die Buffalo Sabers Mike Weber und eine marquee Legend für die Toronto Maple Leafs Daryl Sittler Retro-Parallel für die San Jose Sharks Brendan Dillon und eine V-Series für die Tampa Bay Lightning Tyler Johnson Retro-Parallel für die New York Islanders Brock Nelson Retro-Parallel für die New York Islanders Brock Nelson Retro-Parallel für die Boston Bruins Pittsburgh Penguins Sidney Crosby Sidney Crosby für die Penguins eine Markie Rookie Card für die Chicago Blackhawks Kyle Bond und eine OPG Draft Pick Redemption Card random unter allen allerdings expired. In der Zwischenzeit sehe ich Live Publikum, grüß dich Christoph, herzlich willkommen, wir sind mitten in einer Box OPG 1516 mit einer Retro Parallel für die Nashville Predators Eric Neistrom und eine Wii Series für die Boston Bruins Sidney O'Hara Retro Parallel für die Buffalo Sabres Josh Gorges und eine Markie Rookie Card für die Arizona Coyotes Louis Domingue Retro Parallel für die Arizona Coyotes Tobias Reeder und eine Markie Legend für die St. Louis Blues Brett Hull Retro Parallel für die Tampa Bay Lightning Victor Hedman und eine Rainbow Parallel für die St. Louis Blues Jaden Schwartz Retro Parallel für die Toronto Maple Leafs Phil Kessel und eine NHL All-Star Insert für die Buffalo Sabres Sam Goeth Gürgensens Retro Parallel für die Buffalo Sabres Nikola Deschamps Retro Parallel für die Buffalo Sabres Nikola Deschamps Retro Parallel für die Buffalo Sabres Nikola Deschamps und eine Rainbow Parallel für die St. Louis Blues Kevin Schattenkirk Retro Parallel für die New York Rangers Dan Boyle und Markie Rookie für die Toronto Maple Leafs Casey Bailey Si, Kasey Bailey für die Le деревn wir haben eine Retro Parallel für die Nashville Predators Carter Hutton Eine Markie Legend für die LA Kings, Marcel Dion Und wir haben eine Retro Parallel Blankback Version für die San Jose Sharks, Ben Smith Blankback Parallel Version, Ben Smith Wir haben eine Retro Parallel Rookie Card für die Edmonton Oilers, David Musil Und wir haben eine Markie Legend, Black Rainbow Nummer 100 von 100 für die Montreal Canadiens, Jean Abeliveau Nice one Retro Parallel Rookie Card für die Arizona Coyotes, Mike Lee Und eine NHL All-Star Insert für die Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets, Ryan Johansson Retro Parallel für die Toronto Maple Leafs, Wendell Clark Und eine Rainbow Parallel für die Boston Bruins, Brad Cannoli Retro Parallel für die Chicago Blackhawks, Bobby Hall Und eine Rainbow Parallel für die Boston Bruins, Kevin Miller Kevin Miller Retro Parallel Rookie Card für die LA Kings, J.F. Barup Und eine Black Rainbow Parallel Nummer 10 von 100 für die Washington Capitals, John Carlson John Carlson Black Rainbow Parallel Retro Parallel für die St. Louis Blues, Pierre Thurgeon Und NHL All-Star Insert für die Calgary Flames, Mark Giordano We're hopping on a marquee Legend Rainbow Parallel for the Edmonton Oilers Grand Viewer Retro Parallel for the Washington Capitals, John Carlson Und eine marquee Rookie Card für die Arizona Coyotes, Mike Lee Retro Parallel for the Philadelphia Flyers, Wayne Simmons Und eine marquee Legend für die Chicago Blackhawks, Bobby Hall Retro Parallel for the Colorado Avalanche, Tyson Barry Und eine marquee Rookie für die Tampa Bay Lightning, Luke Witkowski Retro Parallel for the Calgary Flames, Marcus Granlund Und eine Rainbow Parallel for the Philadelphia Flyers, Chris Vandiveldi Retro Parallel for the St. Louis Blues, Barrett Jackman Und eine marquee Rookie Card für die Toronto Maple Leafs, Andrew Meg William Retro Parallel for the Nashville Predators, Matt Cullen Und marquee Legend for the Edmonton Oilers, Wayne Gretzky Retro Parallel for the Vancouver Canucks, Brad Richardson Und eine NHL All-Stars for the Philadelphia Flyers, Jakub Voracek Retro Parallel for the San Jose Sharks, Tommy Wingles Und eine Rainbow Parallel for the Buffalo Sabers, Sam Reinhardt Und last but not least Retro Parallel for the Boston Bruins, Maxime Talbot Und eine marquee Rookie for the Columbus Blue Jackets, Oscar Dansk Soviel also zu OPG Denke gibt schlimmere Boxen Wir machen weiter mit 16, 17 Fleer Showcase Und starten mit den Spots Eins Zwei Drei Die Spots Auf eins Andu Zwei Pierre Drei El Gordo Vier Vier Dimec Dario Fünf Christoph Sechs Retro Sieben Andu Acht Dimec Neun Wolfi Und zehn Jochen Elf El Gordo Zwölf Retro Dreizehn Und vierzehn Dani Keller Fünfzehn Jochen Sechzehn Christoph Siebzehn Mimo Dann haben wir auf 18 Marco Neunzehn Retro Und zwanzig Rooster Einundzwanzig Pierre Zweiundzwanzig Michel Maxe Dreiundzwanzig Mimo Neun Vierundzwanzig Pierre Fünfundzwanzig Wolfi Sechundzwanzig Michel Siebenundzwanzig Pierre Achtundzwanzig Dani Keller Neunundzwanzig Rooster Und dreißig Michel Maxe Die Teams Die Teams bereits durch den Randomizer gelaufen Auf eins Andu Minnesota Zwei Pierre Colorado Drei El Gordo Chicago Vier Dario Washington Fünf Christoph Calgary Sechs Retro New Jersey Sieben Andu Tampa Acht Dimec Anaheim Neun Wolfi Edmonton Zehn Jochen Winnipeg El Gordo Dallas Zwölf Retro Detroit Dreizehn Dani Keller Florida Vierzehn Dani Keller Pittsburgh Fünfzehn Jochen Vancouver Sechzehn Christoph San Jose Siebzehn Mimo St. Louis Achtzehn Marco Columbus Neunzehn Reto Montreal Zwanzig Rooster Buffalo Einundzwanzig hat mir Pierre Carolina 22 Michel Max Nashville 23 Mimo Toronto 24 Pierre Boston 25 Wolfi Ottawa 26 Michelle Philly Dann haben wir auch 27 Pierre mit den Islanders 28 Dani Keller mit den Rangers 29 Rooster Arizona und 30 Michel Max mit L.A. Kings Fleer Showcase 16 17 Wir starten zum Top aktuellen Produkt und legen wie folgt los und zwar mit einer Hot Gloves Insert für die New Jersey Devils Cory Schneider Wir haben eine Metal Universe für die New York Islanders John Tavares Johnny T Metal Universe für die Arizona Coyotes Dylan Stromi Wir haben eine Metal Universe Precious Metal Gems Red Nummer 95 von 150 für die Columbus Blue Jackets Sack Wierenski PMG Red Sack Wierenski Wir haben eine Hot Prospects Autograph Limitiert auf 499 Stück für die New York Rangers Pavel Buknevich Pavel Buknevich für die Rangers Wir haben eine Red Glove Parallel für die New Jersey Devils Kyle Palmieri Wir haben eine Hot Prospects Quad Rookie Card auf 399 Das gibt ein Random zwischen den Detroit Red Wings den San Jose Sharks den Boston Bruins und den New Jersey Devils Jared Corot Aaron Dell Zane McIntyre und Scott Wedgwood Hot Prospects Quad Random Wir haben eine EX Insert für die Dallas Stars Jamie Ben Flare Showcase Rookie Card Edmonton Oilers Jesse Puglio Yarby Puglio Yarby Wir haben eine Flare Showcase für die Montreal Canadiens Patrick Roa Metal Universe für die New Jersey Devils Pavel Zacher Scoring Kings Insert für die Edmonton Oilers Conor Mc David Conor Mc David Flare Showcase Rookie Card für die Ottawa Senators Thomas Shabbat Thomas Shabbat Wir haben eine Red Glow Parallel für die Anaheim Ducks John Gibson John Gibson Flare Showcase für die Chicago Blackhawks Patrick Kane Metal Universe für die Columbus Blue Jackets Zach Wierenski Red Glow Parallel für die New York Rangers Henrik Landquist Kein Patch Aber Wir haben eine Flare Showcase Rookie Blue Ice Parallel auf 199 für die Winnipeg Jets Kyle Connor Ja Passt schon Das war Flare Showcase und wir sind bereits beim Schluss und der dritten Box des heutigen Samstags 16 17 Artifacts einmal zweimal und dreimal Wir haben auf 1 Michel 2 Jochen 3 Mimo 9 4 Marco 5 Andu 6 Jochen 7 Pierre 8 Dimec 9 Pierre 10 Rooster 11 Wolfi 12 Rooster 13 Dani Keller 14 15 und 16 Reto Dann haben wir 17 Dimec 18 El Gordo 19 Michel Maxe 20 Wolfi 21 Michel Maxe 22 Amdu 23 haben wir Mimo 9 24 Dann haben wir auf 27 Christoph 28 El Gordo 29 Dani Keller und 30 Christoph Teams 1 2 Michelle auf 1 Philadelphia 2 Jochen Washington 3 Mimo Nashville 4 Marco Carolina 5 Andu LA Kings 6 Jochen Colorado 7 Pierre Calgary 8 Dimec Arizona 9 Pierre New Jersey 10 Rooster Boston 11 Wolfie Dallas 12 Rooster St. Louis 13 Dani Keller Detroit 14 Reto Pittsburgh 15 Reto Winnipeg 16 Reto Ottawa 17 Dimec Chicago 18 El Gordo mit Florida 19 Michelin Max mit Columbus 20 Wolfie San Jose 21 Michelin Max mit den Islanders 22 Andu mit Edmonton 23 Mimo Anaheim 24 Dani Keller Vancouver 25 Pierre mit den Rangers 26 Pierre mit Buffalo 27 Christoph Toronto 28 El Gordo Minnesota 29 Dani Keller Tampa und 30 Christoph Montreal 16 17 Artifacts Wir starten mit einer Rookie Redemption Nummer 27 Wildcard 217 Die sind definiert Schauen wir am Schluss des Brakes nach wem die gehört Wir haben eine Lord Stanley Legacy Relics für die Carolina Hurricanes Cam Ward Cam Ward Wir haben eine Legend Parallel nicht Parallel Inzert 4,99 für die Montreal Canadiens Larry Robinson Red Parallel auf 2,99 für die New York Rangers Matt zu Carrello Rookie Card auf 9,99 für die Carolina Hurricanes Trevor Carrick Emerald Emerald Parallel auf 9,99 für die Pittsburgh Penguins Sidney Crosby Patch Patch Wir haben eine Artifacts Autofacts Signature Card für die Calgary Flames Emil Poirier Emil Poirier Emil Poirier Emil Poirier Und wir haben eine Jersey Endpatch Emerald Version 41 von 75 für die Winnipeg Jets Blake Wheeler Das also Artifacts Dann schauen wir mal nach wem die Redemption gehört Wildcard 2,17 geht an die Arizona Coyotes Brandon Perlini Dann kommen wir zu den Randoms Wir haben einen Random bei Flier Showcase ist die Quad Rookie Detroit San Jose Boston und New Jersey 1 2 3 Geht zu den Boston Bruins Boston Bruins und die Draftpick OPG Redemption Expired aber vielleicht kann ja da einer noch was machen 3 mal unter allen teilnehmen 1 1 2 3 Die Redemption geht an D-Mac Dario Gratulation das war's für heute wir sehen uns wieder morgen Sonntag ich wünsche euch einen schönen Abend frohe Ostern bis morgen Tschüss zusammen 1 2 1 2